Ich weiß jetzt, wie man Blumentöpfe bestückt, aber irgendwie bin ich mit dem Ergebnis nicht so zufrieden, wenn ich ehrlich sein soll. Das hier ist ein wunderschöner Blumentopf mit Erde in der Mitte, obwohl wir für das Rezept keine Erde benutzt haben. Weil im Prinzip hätte man das Rezept ja auch so machen können, dass wir hier ein Ziegel reintun, hier ein Ziegel, hier ein Ziegel, also v-förmig und dann in die Mitte Erde. Aber das haben die irgendwie in dem Rezept nicht drin, aber es ist trotzdem Erde drin. Und ja, man kann Blumen reinsetzen. Ich weiß nicht, ob das an dem Texture Pack hier liegt, aber das schaut ein bisschen bescheiden aus, wenn ich ehrlich sein soll. Das wäre natürlich mit so einer einzelnen Blume drin deutlich hübscher. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Kann man da auch Saplings reinsetzen? Ich habe nicht genau geschaut. Ja, das wäre zum Beispiel ganz hübsch, gell? Das wird schon auf jeden Fall deutlich besser ausschauen als mit dem riesen Blumen-Ding hier. Und ich glaube, das liegt tatsächlich am Texture Pack. Ich weiß nicht, ob ich damit die Aufnahme ruiniere. Können wir hier mal ganz fix Video-Settings, Texture Packs, Default. So, dann, 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 back to game. Mal gucken. Oh mein Gott, wie unser Haus aussieht mit dem Standard-Texture Pack. Ei, 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 ei. Na gut, schauen wir mal, ob wir hier ein Blümchen... Tatsächlich, tatsächlich. Das ist nur, weil in dem Texture Pack die Blumen so extrem groß sind. Hier sind sie tatsächlich nur so einzelne Blumen. Und dementsprechend passt das hier mit dem Blumentopf auch sehr schön. Also so wird das auf jeden Fall gut ausschauen. Aber wir bleiben natürlich bei unserem Sortex-Fanver. Hallo? Ja, einfach, weil das deutlich besser ausschaut. Und jetzt habe ich vergessen, meine Uhr zu starten. Hoffentlich muss ich nicht husten oder so. Wahnsinn, Sina. Du bist doch wieder ein Dödel heute. Ja! Ich weiß, wie man Blumentöpfe bastelt. Das ist ja wunderbar. Ja, heute wollten wir... Mal schauen, ob wir hier unser Getreide mal ernten. Weil an und für sich ist eigentlich das meiste davon schon gewachsen. Wir könnten jetzt natürlich auch fast bis zum Ende der Folge warten. Ähm, aber... Ja... Ich würde das eigentlich jetzt schon gerne austesten, wenn ich ehrlich sein soll. Weil das ist echt schon alles ziemlich gut gewachsen. Und an und für sich... Mach mal, oder? Ich glaube, das machen wir. Ich glaube, das machen wir. Das wird gut werden. Das Blöde ist, dass wir das jetzt halt aus dem Keller nicht sehen. Aber... Wir wissen, dass wenn wir uns auf die Pressure Plate stellen und uns dann wieder von der Pressure Plate entfernen, dass das Wasser wieder abgezogen wird. Das heißt... Dass wir eigentlich jetzt hier... Uns draufstellen. Zwei Sekunden draufbleiben. Runtergehen. Und dann warten wir, bis hier unser Zeug ankommt. Und auf der Minimap rechts oben sehen wir das tatsächlich. Das ist ja cool. Und auf der großen Karte sehen wir das auch. Das ist ja chillig. Das ist ja chillig. Und ich würde sagen, wir warten jetzt einfach mal, bis hier das ganze Zeug rauskommt. Wobei ich Dödel hätte vielleicht unseren Rucksack leer machen sollen. Das machen wir mal ganz fix. Das Zeug kann ja da runterfallen. Ein bisschen was ist da stehen geblieben. Okay. Vielleicht sollten wir das einfach noch eine Weile laufen lassen. Gut, das ist jetzt doof. Da hätte ich vielleicht dran denken können. Das muss natürlich von der obersten Stufe runterkommen. Können wir uns hier vielleicht ganz kurz eine Truhe basteln? Dafür müssten wir uns aber erstmal eine Workbench basteln. Machen wir das mal. So, dann werfen wir das mal so auf den Boden. Ich bastel mir jetzt hier einfach mal ganz dreist eine Truhe hin. Das hätte ich vielleicht eh schon vorher machen sollen. So. Hallo. Machen wir das mal so. Dann machen wir das mal so. Einmal hier zur Seite. Dann tun wir mal hier die... Ja, machen wir das so. Das passt sich schon. Ähm, einmal da die Truhe hin. Da können wir da ja schon mal alles reinpacken, was wir hier so bekommen. Was so gesehen schon richtig viel ist, so wie es ausschaut. Seats. Okay. Wahnsinn. Da kommt echt schon was zusammen. Vor allem das Zeug, das kommt ja immer noch von oben rein. Also da kommt auf jeden Fall noch einiges rein, glaube ich. Ja, da kommt immer noch so ein bisschen was. Aber das hätten wir vielleicht tatsächlich mit einem Schalter lösen sollen, weil wir müssen jetzt auf dieser Pressure Plate immer stehen bleiben, dass das Zeug hier reinkommt. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Und ich glaube, das war es so gesehen auch. Schauen wir mal ganz fix nach oben. Das muss natürlich von der obersten Ebene erstmal runtergespült werden. Deswegen muss ich da eine Weile draufbleiben. Mit einem Schalter. Beziehungsweise mit einem Hebel wäre das natürlich einfacher, weil da müssten wir nicht hier draufstehen. Könnten die Maschine anschmeißen. Und dann könnten wir einfach mal hochgehen und oben irgendwas machen. So, das können wir eigentlich hier abbauen. Machen wir das mal hier mit der blanken Hand, beziehungsweise mit der Blume. So, sehr gut. Dann schauen wir mal. Wir werden einiges an Samen brauchen. Jetzt machen wir oben erstmal unsere Taschen leer. Weil ich mag die Kiste da unten zwar behalten, aber ich würde gerne genug Platz für Samen haben. So, Saplings, Blumen, Blumen, Blumen. Dann einmal Bone Meal. Was können wir hier noch reintun? Die Schere können wir hier reintun. Für die Oak Leaves haben wir keinen Platz mehr. Ich würde sagen, die machen wir jetzt provisorisch einfach mal hier hin. Wobei ich ja schon erwähnt hatte, dass wir hier eventuell mal umbauen werden. Aber wir packen das Zeug jetzt einfach hier rein. Kaktus würde ich sogar sagen, packen wir auch hier rein. Kakteen packen wir auch da rein. Die Erde können wir... Auch einlagern. Wir haben ja draußen jetzt noch einiges zu tun. Ich würde sagen, dass wir 64 Erde einfach mal mitnehmen. Haben wir hier vielleicht noch Kakteen? Da hätten wir sogar noch Kakteen. Okay, ich würde sagen, das Pflanzenzeug, das packen wir einfach drüben in die Leaves. Sugarcans vielleicht auch. In die Truhe, wo wir die Leaves drin haben. Da können wir das Flint reinpacken. Das wäre eigentlich alles... Ja, so eine Truhe für das Pflanzenzeug. Das wäre, glaube ich, ganz in Ordnung. Das ist ja hier alles essbares Zeug. Das können wir da lassen. Aber hier so... Das wird, glaube ich, gar nicht mal so schlecht sein. Vielleicht lassen wir die Truhe auch einfach. Oak Saplings. Oak Saplings. Machen wir das mal so. Dann haben wir da ein bisschen mehr Platz. Oak Saplings. Dann haben wir Birch Saplings. Dann haben wir Jungle Saplings. Von denen es ja leider nicht so extrem viele gibt. So, dann vielleicht die Blumen von hier auffüllen. Die Kakteen noch rein. Den Sand können wir auch direkt wegpacken. Den brauchen wir ja nicht. Den reißen wir da draußen eher noch weiter raus, als dass wir den hier benötigen. Ähm. Das können wir hier drin lassen. Uns fehlt eine Schaufel. Fällt mir gerade auf. Ach nee, da haben wir eine Schaufel. Alles klar. Gut, dann hat sich das auch erledigt. Gut, dann würde ich sagen, bestellen wir unser Feld neu. Dafür müssen wir aber natürlich erstmal runter. Und wir haben tatsächlich schon extrem viel Zeug, dass wir uns hier Brot basteln können. Vielleicht sollten wir das aus 66 schon mal machen. Da kriegen wir nämlich 22 Brote raus. Das ist wunderbar. Und ansonsten würde ich sagen, die werden wir wahrscheinlich allesamt brauchen. So, basteln wir uns erstmal ganz fix Brote, dass wir ordentlich was zum Essen haben. Und dann geht es mal wieder draußen raus ans Feld. So. 33. Ne, 22 natürlich. Ich trottel. So, nicht 23, sondern 22. Dann vielleicht hier die Hälfte. 6, 22, 22. Genau. 25 Brote. Das wird uns auf jeden Fall eine Weile satt halten. Sehr schön. Dann würde ich sagen, können wir eigentlich das ganze Zeug schon mal in die Leiste ziehen. Axt bräuchten wir gerade eigentlich auch nicht. Und, ähm, es wurde in den Kommentaren geschrieben, dass es gleich dunkel wird. Wir laufen da jetzt trotzdem nochmal ganz fix hin. Wenn jetzt irgendwelche Monster spawnen, dann spawnen sie halt. Ähm, dass Erde, beziehungsweise so Felder nicht kaputt gehen, wenn man von einer Dings drauf fällt, von einer Höhe. Sondern man muss da tatsächlich drauf rumspringen. Das heißt, wir können ohne Problem von hier nach hier runter hüpfen. Natürlich nur runter hüpfen, also nicht drauf springen von oben. Dann soll das so eigentlich, äh, super klappen. Das heißt, wenn wir jetzt hier runter fallen, müsste es eigentlich auch klappen. Okay, dem war nicht so. Gut, das war, äh, ein bisschen doof. Alles klar. Ich würde aber sagen, das eine Feld lassen wir da einfach. Das ist mir jetzt gerade ein bisschen wurscht, weil... Ich habe jetzt eh keine Hole dabei, von dem her... Bin ich jetzt ehrlich gesagt auch zu faul reinzugehen. Vielleicht machen wir das gleich noch. So, dich noch, dich noch, dich noch. So müsste das eigentlich klappen, gell? Ja, jetzt müssen wir halt hoffen, dass hier keine Creeper, äh, herlaufen. Weil sonst habt ihr in der Download-Welt eine kaputte Farm. Das ist eigentlich auch nicht das Gelbe vom Ei. Aber ich würde das natürlich richten. Das war jetzt natürlich ein Spaß. So, aber so sollte es eigentlich klappen, oder? Wenn wir hier quasi einmal um die Ecke laufen. Das müsste hinhauen. Wobei das Blöde jetzt ist halt, dass, äh, Creeper spawnen werden. Und die despawnen ja nicht, beziehungsweise verbrennen nicht, wenn es dunkel wird. Da hätte ich jetzt vielleicht doch tatsächlich schlafen gehen sollen. Wir werden wahrscheinlich gleich ein Zwischen hören. Und damit wird unser ganzes Feld im Eimer sein. Ach, wisst ihr was? Wir gehen pennen. Wir gehen pennen. Warum sollen wir das denn riskieren? Jetzt das hier Gegner spawnen. Wird es wahrscheinlich eh passieren, aber... Gut, vielleicht können wir wenigstens Creeper... ...den Creepern entgehen. Gute Nacht! Und einen wunderschönen guten Morgen. Und da brennt tatsächlich schon jemand draußen. Müssen wir nur hoffen, dass hier keine Creeper anwesend sind. Das ist ja natürlich doof. Da würde ich es doch bereuen, dass wir nicht pennen gegangen sind. Da hinten sehe ich schon ein paar Zombies. Und über unser Feld läuft ein Skelett. Oh, das macht wahrscheinlich gleich alles kaputt. Das müssen wir natürlich noch einzäunen. Das müssen wir natürlich noch einzäunen. Jetzt müssen wir nur gucken, dass hier keine Creeper sind. So, hier sind keine Creeper. Da sind keine Creeper. Dort hinten sind keine Creeper. Und auf unserem Hügel sind keine Creeper. Sehr gut! Vielleicht hätte ich von drinnen auch die Hau mitnehmen sollen. Warum habe ich die eigentlich drin gelassen? Die sollten wir eigentlich in Zukunft immer dabei haben. Ich weiß, ich laufe heute schon wieder hier ewig rum. Aber ich bin aktuell wieder total vergesslich. So, wo haben wir unsere Hau? Hatten wir nicht eine Diamant-Hau? Wo habe ich die denn? Sag jetzt nicht, dass ich die irgendwo im Inventar habe und übersehen habe. Ne, hier ist keine Diamant-Hau. Wo habe ich die denn reingepackt? Da ist nichts. Hä, checke ich gerade nicht? Checke ich gerade nicht. Wenn ich sie weggeworfen hätte, hättet ihr das sicher in die Kommentare geschrieben. Haben wir da hinten vielleicht die Truhe noch? Ich weiß das nicht. Soweit ich mich erinnern kann, hatten wir die abgebaut. Kann natürlich sein, dass das hier im oberen Stockwerk noch ist. Ne, hier ist... Habe ich unsere Diamant-Hau geschrottet? Oh, da hinten ist ein Creeper. Ups, das ist natürlich nicht Sinn der Sache. So, einmal dich, einmal dich. Äh, wenn irgendjemand weiß, wo die Diamant-Hau ist, würde ich mich freuen, das zu erfahren. Weil ich habe keine Ahnung, wo die Diamant-Hau ist. Und das ist natürlich jetzt, äh, nicht so geil. Jetzt aber mal ernsthaft. Wo habe ich denn die Diamant-Hau hin? Wir haben sonst eigentlich nirgends eine Truhe. Wir haben, äh, im Keller jetzt diese eine Truhe. Aber, dass ich da die Diamant-Hau reingepackt hätte, habe ich eigentlich nicht in Erinnerung. Ne, hier ist keine Diamant-Hau. Kleinen Moment, meine Katze will raus. So, und weg ist sie. Ähm, seriously, wo ist unsere Diamant-Hau? Wäre die ein bisschen blöd? Habe ich die irgendwie aus Versehen aus dem Inventar geschmissen? Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt bin ich tatsächlich mal gewillt, hier in alle Truhen zu schauen. Das tut mir gerade ein bisschen leid. Aber, ähm, ich wüsste gerne, wo unsere zwei Diamanten hin sind. Habe ich denn die Samt-Hau gepackt? Pickaxe, Pickaxe, Pickaxe. Ich sag mal nix dazu. Ich sag mal nix dazu. Also, ich weiß echt nicht, wo ich manchmal mit den Gedanken bin. Übrigens, für die, äh, Wüste kamen auch sehr nette Ideen rein, was wir vielleicht in der Wüste machen könnten. Ähm, es kam zum Beispiel die Idee, dass wir hier eine große Pyramide bauen könnten. Da würde sich doch dieser Hügel hier vorne schon dafür anbieten. Ich weiß, dass es inzwischen normale Pyramiden gibt. Das heißt, äh, von Minecraft selbst generierte Pyramiden. Aber, ähm, diesen Hügel hier könnten wir eigentlich dazu nutzen, hier eine Pyramide zu basteln. Wollen wir da mal ganz kurz hinschauen. Dann wird die Folge halt mal zwei Minuten länger. Das ist ja kein Problem. Das Feld möchte ich halt heute noch bestellen. Aber ansonsten, ja, dieses, dieses Gebilde hier, das, äh, hatten wir ja letztes, ja, was heißt letztes Mal, äh, in einer der sehr frühen Folgen, glaube ich, bestiegen. Als wir da hinten zum Dorf gegangen sind. Und an und für sich würde sich das für die Idee Pyramide ja ganz gut eignen. Dass wir das hier quasi als Schablone nutzen. Hier außen rum so ein bisschen, äh, Pyramiden ähnlich rumbauen. Und dann können wir das Sandzeug innen ja, äh, abbauen. Beziehungsweise, hä, was ist denn das da? Cool, da wäre sogar noch Kohle. Ähm, könnten wir natürlich das hier ausnutzen und hier eine Pyramide hinbauen. Das wäre auch ziemlich nah an unserem Haus. Also von, äh, von der Entfernung her. Könnten wir vielleicht sogar eine U-Bahn-Station basteln? Könntet wir eine U-Bahn-Station zu einer Pyramide basteln? Dann fühlen wir uns wie in Ägypten oder so. Das, äh, wäre, denke ich, auch ganz cool. Aber also, wie gesagt, diese Idee mit der Pyramide fand ich auf jeden Fall ziemlich geil. Und eventuell setzen wir das hier um. Dafür müssen wir noch extrem viel Sandstone natürlich farmen. Weil mit normalem Sand klappt das ja nicht, dass wir hier irgendwo in der Luft bauen. Aber mit Sandstone sollte das eigentlich hinhauen. Also an und für sich die Idee, die gefällt mir sehr, sehr gut. Mal sehen, wann und, äh, auf welche Art und Weise wir das umsetzen. Und das Zeug wächst schon, Wahnsinn. So, haben wir noch Samen. Wir haben noch Samen, sehr gut. Packen wir das hier mal alles hier in die Leiste. Und dann schauen wir mal, dass wir hier einmal rumkommen. Zack, und einmal Erde, äh, Samen. Sehr schön. Sehr schön. Sonst haben wir hier nichts vergessen. Dann machen wir das hier unten natürlich auch. Mal gucken, ob das mit dem Hinfallen funktioniert. Ne, das ist also, ähm, scheint irgendwie nicht bei jedem Mal zu klappen. Also wir haben es jetzt schon dreimal ausprobiert. Einmal ging's. Zweimal haben wir das Feld unter uns leider kaputt gemacht. Also so ganz, äh, zu stimmen, so ganz stimmen tut das, glaube ich, auch noch nicht so recht. Wie gesagt, ich habe selber absolut, das ist gar keine Ahnung, wann diese Felder genau kaputt gehen. So, jetzt ist es zum Beispiel nicht kaputt gegangen. Das ist jetzt statistisch gesehen 50-50. In zwei von vier Fällen ist es kaputt gegangen. In den anderen zwei Fällen ist es nicht kaputt gegangen. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich habe absolut keine Ahnung. So, machen wir das hier noch voll. Und dann haben wir es eigentlich für diese Folge auch schon geschafft. Wir haben ein, äh, oh fuck, habe ich, habe ich, oh fuck, da habe ich jetzt gar nicht geguckt, ob ich eine gescheite Szene habe, äh, das ich für ein Thumbnail nutzen kann. Aber gut, ähm, die Folge ist jetzt schon produziert. Ich kann es nicht rückgängig machen. Ich bedanke mich auf jeden Fall mal wieder fürs Gucken und wünsche euch viel Spaß mit, äh, ja, mit dem Download der Map. Wenn euch irgendwelche netten Ideen einfallen, könnt ihr natürlich weiterhin Videoantworten posten. Ich werde schauen, dass ich sie mir demnächst mal angucke. Also es ist zeitlich absolut blöd im Moment, aber gut. Wie gesagt, erstmal danke fürs Zugucken und wir sehen uns morgen um 14 Uhr wieder. Ciaoi!